Hallöchen zusammen wieder mal! Hier zeige ich euch wieder eine Folge von ESO und zwar haben wir die Quest das Turnier des Herzens angenommen für die Freischaltung einer unserer Gefährten. Wir sind schon auf der Hochinsel angekommen, weil diese Gefährtin gibt es ja nur wenn man das DLC die Hochinsel High Aisle hat. Und genau da vorne steht sie auch schon, die Seezübel. Ja, Zuckerstück. Mach dir keinen Kopf. Wir regeln das. Und wer seid ihr? Oh, verzeiht. Mein Name ist Isobel Veloise. Ich bin Aspirantin im Saphir-Turnier, bei dem sich Knappen bewähren, die dem Ritterorden beitreten wollen. Aurelias Mutter ist Großkontur und hat dem Sieger, ähm, unüberlegt die Hand ihrer Tochter versprochen. Wie wollt ihr eure Freundin von diesen Versprechen entbinden? Nun, für gewöhnlich nehmen Aspiranten nur an einer der Prüfungen teil. Wenn ich alle drei bestehe, wird mir der Großkontur einen Gefallen meiner Wahl gewähren müssen. So befreie ich Aurelia vom Versprechen ihrer Mutter. Was meint ihr? Wollt ihr meine Sekundantin sein? Hm. Nein. Wie sie schaut. Ich helfe euch, Isobel. Die Acht haben mich wohl in ihr Herz geschlossen. Mein Sekundant hat gerade seine Dienste niedergelegt und ich dachte schon, ich müsse allein losziehen. Nun denn. Hier auf der Insel gibt es drei Ritterorden. Entscheiden wir, welche Aufgabe wir uns zuerst stellen. Ihr habt die drei Orden erwähnt. Welche sind das? Welche Aufgaben stellen sie uns? Die Bewohner der Sistrin sind stolz auf ihre Ritter, wie alle anderen Bewohner von Hochfels auch. Im Saphirturnier sind drei Orden vertreten. Der Eisenknoten, der Eichenorden und der Orden des Albatros. Was wisst ihr über den Orden des Eisenknotens? Sie sind Kampfkünstler und hervorragende Reiter. Man könnte sagen, der Eisenknoten ist der traditionellste der Saphirorden. Unsere Prüfung wird es sein, das Heft eines verschollenen Schwertes namens Rothherz zu finden. Dies war die Klinge des ersten Herzog Dufors. Wo ging das Schwert verloren? Irgendwo in diesen Landen, bevor sie den Dufors gehörten. Angeblich war das Heft mit einem gewaltigen, grob geschliffenen Rubin versehen. Sollte kaum zu übersehen sein. Mein letzter Knappe, Bergeau, schlug vor, dass wir die Bibliothek des Kastells nach einem Hinweis darauf durchstöbern, wo wir mit der Suche beginnen sollten. Finden wir dieses Heft für den Eisenknoten. Auf zur Bibliothek! Treffen wir uns in der Bibliothek des Kastells, im Ritterflügel. Ich habe dort zahllose Stunden damit verbracht, über Monster, Geschichte und Heilung zu lesen. Nur schade, dass es dort kaum Romane gibt. Können wir darüber reden, was hier gerade vor sich geht? Natürlich! Dreik, es tut mir leid. Ich war ein wenig zu harsch, nicht wahr? Ich bereite mich seit Monaten auf das Turnier vor. Und jetzt bin ich durch die Verkündung des Großkomptors verunsichert. Ich muss die Fassung wiedergewinnen. Was möchtet ihr denn wissen? Ach, armes Hascherl. Was bedeutet Dreik? Tut mir leid. Das Schimpfwort habe ich von meinem Vater. Es stammt aus der alten Droidensprache und wurde vom gemeinen Volk übernommen. Ich bin mehr oder weniger hier im Schloss groß geworden. Und es ist ein wenig sittlicher als die Schimpfwörter der Hafenarbeiter. Also verwende ich es. Verstanden. Warum wollt ihr Aurelia unbedingt helfen? Aurelia und ich sind gemeinsam aufgewachsen. Wir stehen uns seit Kindesbeinen nahe und... Nun ja, ich hasse den Gedanken, dass sie einen der anderen Aspiranten heiraten muss. Ganz besonders Morton. Meine Güte, was für ein öder Mann. Morton. Fühlt so richtig französisch hier. Findet dieses Turnier jedes Jahr statt? Nein. Das Turnier wird nur alle paar Jahre ausgerufen. Je nachdem, wie es die Termine und die Aspiranten zulassen. Der Großkomptor möchte sicher gehen, dass genug Teilnehmer für eine wirkliche Herausforderung vorhanden sind. Und die Orden auf Hochinsel sind auch nicht sonderlich groß, wie ihr euch sicher vorstellen könnt. Wie läuft dieses Turnier ab? Ich weiß ja nicht genau, wie die Turniere von Tamsleuten ablaufen, aber hier spricht jeder Orden eine Herausforderung aus. Wenn sich ein Aspirant der Herausforderung eines Ordens stellt, erhöht das sein Ansehen. Und jeder Orden wählt am Ende nur ein oder zwei Aspiranten für die Ritterschaft aus. Daher ist der Sieg recht heiß umkämpft. Welchen Orden gehört ihr an? Ich bin noch keine Ritterin. Deswegen nehme ich ja am Turnier teil. Ich war jahrelang Knapp hin, bevor ich Aspirantin wurde. Ihr wollt gar nicht wissen, wie viele Ställe ich ausgemistet habe. Das Turnier gibt mir die Gelegenheit, den Orden zu zeigen, dass ich würdig bin. Welchen Orden wollt ihr beitreten? Eine prächtige Frage. Ich wünschte, ich könnte sie euch beantworten. Ich denke, dass ich in mancherlei Hinsicht gut zum Eichenorden, aber auch zum Eisenknoten passen würde. Oder vielleicht sogar zum Orden des Albatross. Dieses Problem überlasse ich der Isobel der Zukunft. Das wäre für den Augenblick alle Fragen, Isobel. Geht vor, wir treffen uns in der Bibliothek des Kastells. Die ist einfach zu finden. Ein großer Raum voller Bücher. Nicht zu verfehlen. Na gut. Ihr werdet uns helfen? Mögen die Acht euch segnen. Ja. Hier ist ein tolles Anschlagbrett. Ja, dann joggen wir mal zur Bibliothek. Schauen wir uns ein bisschen hier um. Das ist wohl der Eichenorn, oder? Und da hinten der Eisenknoten vielleicht. Ah, das wäre ich vorbeigelaufen hier. Oh wow, ey. So eine schöne Burg hier. Grüß euch. Dritterflügel des Kastells, Navire. Ah. Okay. Ah, eine Eisenkeule hier. Einhändig. Okay. Ein Buch. Adamant. Ah, da mannt. Schön. Ich nehme einfach immer alles mit, was geht. Oh ja. Oh ja, oh ja, oh ja. Den wisst ihr auch noch gleich mit hier? Merkt keiner, dass es weg ist hier. Na bitte, mal sehen, ob wir die Vergangenheit ans Licht bringen können, ja? Ah, ich muss jetzt erstmal die Waffe hier inspizieren. Da, Eisenbienhänder. Überall wurden offene Bücher liegen gelassen. Wie unhöflich. Bah, einfach so reingrätschen, ey. Wie kann man einfach so rumplappern? Das ist unhöflich, ey. Also, Schwert zweihändig Bretonen, Eisenbienhänder des Frosts, Schaden, 176 Stufe 4, Verzauberung, Gefrorene Waffe für Ursache, 2.121 Frostschaden. Nice. Wie schaut's aus? Ja. Das schaut doch schon mal edel aus. Jetzt fühle ich mich schon richtig ritterlich. Die Liga der Standhaften. Der Koloss von Gonfalon. Oh, wow. Okay, noch mehr Bücher. Das emporstrebende Manifest. Also, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, soll ich die Bücher vorlesen? Soll ich ein bisschen innehalten, damit ihr da pausieren könnt und selbst lesen könnt? Oder soll ich einfach nur kurz durchschauen hier? Wie hättet ihr es denn am liebsten? Oh, das Lied von Pelinal Band 4 hier. Lektionen, die man beim Karawanenwachen lernt. Oh. Liga der Standhaften. Also, ein paar Bücher wiederholen sich, klarerweise. Faune. Die Reise einer jährigen Sex. Faune. Das subtropische Zyrodil. Eine Spekulation. Ja, richtig lange Spekulation hier. Entdeckt. Entdeckt. Ah, Adeliga. Ja. Okay, dann schauen wir mal diese Bücher hier durch. Der verrückte Baron Denzil, dritter Teil. Okay. Da steht nichts interessantes drin. Die Schlacht an der Feste Wiesenthal. Oh, das Heft von Roth hat es wohl nie gefunden. Aus die Geschichte des Hauses Dufour von Kaira Metric, Haushistorikerin und Chronistin. Die entscheidende Schlacht fand statt in der damaligen Feste Wiesenthal einem kleineren Anwesen, das Haraband, das spätere erste Baron Dufour, in den Altsteinwäldern erbaut hatte. Die Schlacht begann bei Sonnenaufgang und ging ohne Unterlass weiter bis Sonnenuntergang. Harabands berühmtes Schwert Rothherz zerbrach in der letzten Stunde der Schlacht. Dennoch besiegte der große Krieger den schrecklichen Zauberer Grauens Zwinge, neben dem Schurken die Klinge direkt in sein schwarzes Herz schleuderte. Die Wunden, die er in der Schlacht erlitt, kosteten Haraband seine Hand und so ward er fortan bekannt als Haraband handlos, bis er zum Baron ernannt wurde. Angeblich ließ er die Klinge seines Bienenhänders einschmelzen und daraus eine Hand gießen, die die ersetzte, die er verloren hatte. Viele seiner Untertanen bezeugten seine Reizbarkeit und mussten so manchen Schlag mit eben jener Hand einstecken. Jahre später ersetzte der Herzog seine alte Feste durch das mächtige Castellnavire im Westen. Jesus steht bis heute als ruhmvoller Ort, der einer derart illustren Familie würdig ist. Das Heft von Rothherz wurde nie gefunden. Die kleine Feste ist seit langem überwuchert. Sie ist ein stummes Zeugnis der Ereignisse, die das innerste Wesen von Hochinsel geprägt haben. Habt ihr etwas gefunden? Ja. Kriegen wir. Hier, Isobel, das Buch. Das Buch war bereits offen. Jede Wette, dass mein alter Sekundant Bergeau Aspirant Langley den gleichen Rat gab wie mir. Dreik. Dreik. Ich glaube, da war ein Hinweis auf Rothherz Altsteinwälder. Mal sehen. Ihr habt recht. Sieht aus, als hätten die Dufors dort eine Feste gehabt, bevor sie adlig wurden. Oh, Moment. Ich kenne diesen Ort. Das ist eine alte Ruine im Osten. Aurelia und ich spielten dort immer Hexenversteck, als wir noch klein waren. Ihr wusstet von diesem Ort? Warum mussten wir dann in einem Buch nachschlagen, ey? Oh Mann. Nun, zu meiner Verteidigung muss ich sagen, dass ich als Kind nichts davon ahnte, dass die Ruine einst den Dufors gehörte. Außerdem jagten wir auch nicht nach ritterlichen Relikten. Ach, hätten wir das doch nur getan. Aber echt, hey. Dann würden wir jetzt nicht auf die Suche gehen. Nun gut. Wie kommen wir zu der Ruine? Dort gibt es keine wirklichen Straßen. Aber ich erinnere mich an einen schön breiten Pfad, den wir nehmen können. Ich markiere ihn auf eurer Karte. Wenn wir uns beeilen, sind wir vielleicht vor Bergeau und Langley bei der Ruine. Klingt gut. Wir treffen uns dort. Wir sehen uns dort. Ich hoffe, dass wir vor den anderen Aspiranten beim Schwertheft sind. Warum suchen wir nach einem Schwertheft? Sagtet ihr nicht, dass der Eisenknoten sich der Kampfkunst verschrieben hat? Jeder Hauptmann hat seine eigene Vorstellung davon, wie man sich Ehre verdient. Ich habe Geschichten darüber gehört, dass der Hauptmann des Eisenknotens, Orlfeth, Trolle erschlagen hat, die doppelt so groß waren wie sie. Einfach ein Schwert zu schwingen, wird sie kaum beeindrucken. Sie will Krieger, die nicht nur kämpfen, sondern auch denken können. Versteckt sie das Schwertheft jedes Mal da draußen, wenn ein Turnier stattfindet? Das wäre ja komisch. Ich glaube nicht. Aber wir können sie fragen. Das Heft selbst ist typisch Eisenknoten. Eine historische Trophäe eines mächtigen Kriegers, der bei einem Zweikampf in einer entscheidenden Schlacht gefallen ist. Er hat den Lauf der Geschichte mit seiner Klinge verändert. Rivalig ritterlich. Gut. Lebt wohl. Eine Geschichte des Schiffbaus Band 1 von 27. Aha. Oh. Kleiner Isobel hier. Der verrückte Herzog Denzel erster Teil. Saatwechsel, ja. Kann viele ernähren, sage ich dir. Okay. Wir wollen hier wieder raus. Oh, schade. Ich dachte, die Truhe hat sich wieder gefüllt in der Zwischenzeit, wo wir da Bücher gelesen haben. Mein Kopf raucht. Mein Kopf raucht, ja. Na gut, wo müssen wir hin? Hier hin. Geht zur Dufour-Ruine. Da könnten wir den Wegschrein benutzen, um uns ein bisschen nach vorne zu beamen. Ah, ist das ein guter Plan? Oder ist das ein guter Plan? Äh, öpp. Boah. Richtig kratzil, wie sie da über die Mauer springt. Geht zur Dufour-Ruine. Geht zur Dufour-Ruine. Geht zur Dufour-Ruine. Höher. Geht zur Dufour-Ruine. Ah, da reitet schon jemand. Ah, hier ist Brunenstein. In der Nacht sieht man ja auch super rumleuchten. Yeah. Okay. So. Oh, ganz schön sympathisch. Hey. Wie redest du mit mir? Es ist den Streit mit Langley nicht wert, wer den Wald zuerst durchsuchen darf. Versteht mich nicht falsch. Ich würde ihn problemlos besiegen. Aber stumpfe Fäden zwischen Aspiranten gelten als unschicklich. Es ist auch egal. Ich habe eine Idee. Erzählt's. Wie sieht eure Idee aus? Langles erster und letzter Gedanke jeden Tag gelten einzig und allein ihm selbst. Er wird Bergeau an diesen Bäumen arbeiten lassen. Nun, bis ihm langweilig wird. Also gehen wir einfach um sie herum. Ah, klingt ja ganz logisch. Es gibt einen anderen Weg nach oben. Vergesst nicht, dass Aurelia und ich als Kinder bei der Ruine gespielt haben. Im Osten der Anhöhe gibt es einen Pfad. Aber wir sollten vorsichtig sein. Wir haben aufgehört dort zu spielen, als ein Kriegstrupp von faunen sich dort niederließ. Klingt gut. Gehen wir. Okay. Dann. Viel Spaß, ihr Jungs. Lasst es euch gut gehen da oben mit euren Geäst. Oh, hier ist Jute. Na, seht ihr sie auch hier? Jute. Oh. Das sind sogar Schäfchens. Aha. Ich bin jetzt verborgen. Ach so. Oh. Das gehört euch nicht. Alter, bin ich schlecht. Ah. Naja. Tch. Aber hier sind wir schon. Gut. Dann gehen wir hoch. Aha. Das ist Reifzecken. Boah. Da gehen sie da hin, die Reifzecken. Es ist Nacht hier. Ah, da ist schon der Kriegstrupp, der Faun. Ich sehe sie schon. Hier sind wir richtig. Die Einheimischen nennen sie die alten Steine. Dann suchen wir mal dieses Heft. Ja, ich weiß nicht, wo dieses Heft ist. Ah, hier ist ein Runenstein. Oh, oh. Schön, dass er noch gewartet hat. Boah, jetzt kann ich ihn wieder schlagen. Der lebt gar nicht so lang. Ein bisschen Ahornhacken. Hier eine Inselmotte. Ah, hier ist gar nichts drin. Na gut. Hier. Ein anderer hat es schon gefunden. Das Heft mit Rothherz. Das Heft des Schwertes Rothherz. Der Klinge von Herzog Dufour. Genau so. Und jetzt verschwinden wir von hier, bevor lange Leon Bergeau eintreffen. Ja. Vorsicht, Knappe. Lass die Äste nicht zurückschnellen. Ihr habt mir die Rüstung zerkratzt. Das Heft muss hier irgendwo sein. An die Arbeit. Boah. Es ist zwar nicht sonderlich ritterlich von mir, aber ich hoffe, dass dieser Idiot den Rest des Tages damit verbringt, das Heft zu suchen. Ja. Wir haben es geschafft. Das Heft von Rothherz. Als Ritteraspirantin sollte ich den anderen Aspiranten natürlich ähnlich viel Glück wünschen. Aber Stender, verzeiht mir. Ich hoffe, dass Langley von jedem einzelnen Moskito hier draußen gestochen wird. Ja. Das hoffe ich auch. Okay, so wie der Typ drauf ist. Wir haben das Schwertheft. Die Prüfung des Eisenknotens ist abgeschlossen. Ihr seid sicher zufrieden. Das bin ich. Ich hätte gedacht, dass es bei der Prüfung des Eisenknotens um Schwertduelle und Kampfkunst geht. Vielleicht noch um Reiterei. Pferde und ich kommen nicht sonderlich gut miteinander aus. Wie dem auch sei. Ich bin wirklich sehr zufrieden damit, wie wir das gemacht haben. Machen wir weiter. Was könnt ihr mir über den Ohren des Albatross erzählen? Die acht über uns stehen mir bei. Sie sind Künstler und Seeleute. Sänger, Baden und Piraten allesamt. Tapfere, verwegene Krieger. Die einen zwingen, Gedichte aufzusagen. Grauenhaftes Zeug. Ist unsere Prüfung ein Gedicht? Zum Glück nicht. Unsere Prüfung wird es sein, die Goldlaute von Sir Brennwale zurückzuholen. Der Sage nach zog er vor Jahren hinunter in die Krypten der Burg, um mit Lied und Schwert einen Geist zu besiegen. Er kehrte nie zurück. Hoffentlich haben wir mehr Erfolg. Dann suchen wir mal die Laute für den Ohren des Albatross. Wir treffen uns bei der Navirekapelle. Dort ist auch der Eingang zu den Katakomben. Ja, aber vorher gehe ich hier ein bisschen verschrotten. Na, was sagt ihr? Ja, die erste Prüfung von dreien ist geschafft. Sind wir nicht toll? Äh, hier. Die Schilder. Komm mal weg hier. Oh, nichts Brauchbares haben wir erhalten, ey. Naja. Wir geben nicht auf. Hier haben wir noch Schneidertisch. Oh, gar nichts. Gar nichts. Ähm, Schmiedestelle. Ah, ja. Oh, je, je. Haben wir viel Eisen gegen Hände eingepackt, ey. Das schaut ja dann krass aus in unserem Beutel. Dass die da alle Platz haben. Okay. Ja. Was ist hier? Ein Schmuckhandwerks-Tisch. Nee, ja. Wir haben nichts. Wir haben nichts. In Ruhe. Oh. Rezept, hier ist ein Törtchen mit Banane. Erhöht eure maximale Magikar 35 Minuten lang um 8357. Ja. Fällt mir gerade an, ich muss wieder mal was trinken hier. Ich bin schon unter Bier. Mh, lecker. Zum Glück wirkt das gar nicht, sonst würden mich alle ganz komisch anschauen, ja. Vor allem die ganzen tausend Sonnenblumen würden mich komisch anschauen. Äh, ich hab noch immer Kopfgeld hier. Mal schauen. Äh, ich hab nichts gestohlen, also können sie mir nichts wegnehmen, außer die Münzen. Die Paar, sag ich mal. Vor kurzem war ich noch richtig mittellos, jetzt dann sag ich die Paar. Jetzt bin ich reich. So. Hier ist schon die Kapelle. Monschein. Und wie es dann weitergeht, erfahrt ihr in der nächsten Folge. Ich sag schon mal danke fürs Zusehen. Habt ihr mit Isowel schon ein paar Abenteuer verbracht? Oder seid ihr erstmal beim Grundspiel? Erzählt es mir einfach in den Kommentaren. Und lasst einen Daumen hoch fürs Video, wenn es euch gefallen hat. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Habt einen schönen Tag. Tschüssi. Tschüssi. Tschüssi.